Hallo, ich habe diese Handytasche für das S10 als Produkttest erhalten. Meine Meinung ist aber unbeeinflusst. Packen wir das ganze mal aus. Die Packung macht einen guten Eindruck. Hier haben wir noch mal so eine Tüte und dann haben wir hier die Halterung, die Tasche meinte ich. Hier ist so ein Samtstoff. Hier ist eine Tasche und hier kann man noch zwei Kreditkarten oder sowas reintun. In der Magnet hält das dann hier zusammen. Macht einen guten Eindruck. Wer so etwas haben möchte, kann es sich gerne kaufen. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert oder euch eines der anderen Videos anseht. Kommentare sind auch erwünscht und ich danke dafür, dass ihr euch das Video angesehen habt. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.